Solidarität mit hilfebedürftigen Menschen. Gelebtes Miteinander. Seit 75 Jahren Volkssolidarität. Ich bin bei der Volkssolidarität seit drei Jahren ehrenamtlich, weil ich liebe, den Menschen zu helfen. Danach hat die Volkssolidarität mir große Chance als Sozialbetreuerin gegeben. Die Volkssolidarität hilft den Menschen in ihrem Alltag. Danke Volkssolidarität. Seit 75 Jahren Volkssolidarität.